Wir sprechen uns noch, ist ja das Motto von Talk to Off the Tür. Viel sprechen heißt, dass die Stimme warm werden muss, dass man das Ganze trainiert. Und wer kann uns das besser verraten als die Schauspielerin Alexandra Kramp? Wie machst du dich warm, wenn du auf die Bühne gehst, um viel zu sprechen? Ist das jetzt schon die Übung? Also Alexandra Kramp mit Worten, demnächst bei Talk to Off the Tür.